hey was geht euch bis zu einem neuen video und falls ihr euch gerade fragt was das für eine umgebung ist ich wollte einfach mal ausprobieren wie es mit greenscreen und nein es liegt nicht daran dass mein internet gerade scheiß ist und äh perfekter greenscreen nein es liegt nicht gerade daran dass ich nicht auf combo join kann weil mein internet wieder absolut scheiß ist aber ja heute wird es community time 2 geben und zwar habe ich mir ein paar andere sprüche aus dem letzten video rausgepickt da ich euch da ja gefragt habe ob ihr andere sprüche habt und ich habe selber ein paar rausgehauen und wie das ganze abgelaufen ist seht ihr jetzt und ja viel potz mein dick ist härter als badrock guten tag meine damen und herren und willkommen zu einer neuen was auf jeden fall gibt es heute andere sprüche wieder und ihr merkt schon was das für ein account ich habe einen account vom freund bekommen damit ich nicht mit meinen anderen drei accounts in die community gehen kann weil die drei accounts kennen schon ein paar leute und wenn da einer anfängt da ist hugo dann geht das alles nicht deswegen habe ich jetzt einen neuen account und die wasser video ja ich werde jetzt nicht nur meine gesprüche raushauen sondern auch ein paar andere als normale andere sprüche dann einfach mal gespannen hey hey hallo mein dick ist härter als badrock kannst du kurz schwimmen gehen und trinken gehen so ist gut trinkt schön wasser ist gesund du bist so heiß meine hotkeys werden kalt du bist so heiß ich glaube ich bin im messer ich habe schon challenges mit schwarzen löschern gemacht willst du mitmachen ich habe schon challenges mit schwarzen löschern gemacht willst du mitmachen challenges michael durchspielen aber mit schwarzen löschern willst du mitmachen ja ok das ist nur ein lüfter by the way hallo heißt du google nein denn du bist alles was ich gesucht habe mein schwanz ist so hart wie badrock hallo ja können wir jetzt schlafen was machst du gerade hier steht auf unangenehm hallo 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 mailin bist du knochenmehl bist du knochenmehl bist du knochenmehl nein denn du lässt meine karotte wachsen ich kann gar nichts ich kann gar nichts ich kann gar nichts erfülle hopster vier hopster und der fünfte hopster geht in deine hose sind dir es mir zu unter88 ich muss jetzt ne richtig langen weg hier um weg machen weil sonst wird nur rumgeschrien Junge. Pssst. Hurri. Pssst. Otora? Geh weg. Geh. Husch. Husch. Geht unterlass zu das. Nein, nein. Husch. Geh weg. Das ist... Ich darf das. Husch. Geh weg. Das ist... Das ist okay. Junge, Vanessa! Und falls ihr euch fragt, wer Vanessa ist, das ist meine Schwester. Fragt einfach gar nicht und... Schaut einfach meine Twitch-Teams, wie sie ist. Wer bist du auf einmal? Vanessa? Hallo? Junge, äh... Bist du eine Flasche? Ich muss dir nicht mal die Hände waschen, wilder Typ. Warte, warte. Hey Hugo, wann hast du dir das letzte Mal die Hände gewaschen? Wann hast du dir das letzte Mal die Hände gewaschen? Äh... Vorgestern. Bist du eine Flasche? Ja. Ich hab nämlich das... Ne. Ich hab nämlich das bedürflich, dich aufzufüllen. Freut's mich. Ich bin so schlecht im Bett. Das musst du mal erlebt haben. Ne, lass mal. Äh... Mein Penis ist so hart wie Bedrock. Okay. Willst du mein Lapis Lazuli sein? Lieber nicht. Äh... Aber warum du verzauberst mich? Was ist lila? Ähm... Lila ist ne Farbe. Ja, aber... Ist lila... Was für ein Rang? Ähm... Premium Plus. Gommel. 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 Jo, da hat jemand Hugo geschrieben. Du bist halt irgendwann, Bruder. Okay, warte, warte. Was ist das, Junge? Dein Paypal-Donation-Link, Bruder. Hat jemand Spendmauer auf? Ha! Ähm... Ich möchte was bestellen. Ja, bitte. Danke. Einmal ficken, aber hart. Ist aber auch so. Chef? Nein. Nein. Nicht mal feiern? Ja, dann gib her. Bin... Bin ich im Video? Wenn du was schlaues jetzt... Wenn du jetzt was schlaues sagst, bist du im Video. Hugo ist besser als Reto. Noch was? Äh... Crater Code in der Zuge. Ich tauch jetzt ab. Du musst... Geh in andere Richtung. Ich tauch jetzt ab. Wieso tauchst du ab? Weil ich äh... Mädchen... begrabschen muss. Ciao! Hallo? Also... Bevor die der Spendmauer kommt. Hallo? Hast du mein... Hast du mein Bärling gesehen? Wer? Mein Bärling. Der Bär? Wahrscheinlich ein Opfer. Ey, ey, ey. Hallo? 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 Ja? Darf ich dir was sagen? Vielleicht. Aber sag's bitte kein weiter Reto. Okay, okay. Komm mal bis dahin mit. Ähm... Das ist jetzt ein bisschen unergehen, aber... Mein Sch... Luri? Entschuldigung, ich hab hier viel Kundschaft. Und das ist ein Ziel denn jetzt auf einmal. Wieso kommt der hier einfach so random die rein? Komm mal, komm mal mit. Komm mal mit. Ich lass euch zwei allein. Nein, nein, komm mal. Bitte, bitte, bitte. Was ist? Mein Schwanz ist so hart wie Redrock. Wen du so passiert das? Hallo? Hallo? Deine Augen... Augen fucken so wie in Diamanten. Ich hab im Game keine Augen. Dann sind sie so weiß wie Wolle. Oh, Junge. Oh, was willst du damit zusammenrichten? Juhu, okay. Oh, ja. Hm. Das schmeckt schon geil. What the fuck? Ach, scheiß drauf, Digga. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Und falls ihr, ja, sowas öfter sehen wollt, dann grünt ihr ein paar Leute anmachen. Egal ob Mädchen oder Junge. Tja. Ähm. Schreibt sie in Quartare. Und für die Leute, die bis hierhin zugeschaut haben, es gibt etwas Kleines zu verlosen. Und zwar verlose ich zweimal mein wunderschönes Cape hier, was ihr hier seht. Und. Ja. Das wollte ich zweimal. Alles was du dazu reinschreiben müsst, ist einfach euer Engelnwerber. Und wie ihr euch das Video fallert. Und ihr denkt euch wahrscheinlich so. Hm. Auf welchem Server ist Hugo denn gerade? Ich bin auf dem Let's Hugo Server. Nein, ey. Ich mach kein Server-Netzwerk. Aber. Ähm. Hier ist das Server, wo zum Beispiel Hugo Sack und so ist. Oder Bette Royale. Und äh. Das sehen wir daily momentan auf Twitch. Und machen Community-Runde und sowas. Wollt ihr auch da am Start sein wollt, dann äh. Ja. Klickt mal unten in der Beschreibung auf den Link. Äh. Da kommt ihr zu meinem Twitch-Stell. Da bin ich auch gerade, wenn ihr das Video direkt seht, bin ich auch gerade noch live. Also falls ihr mitmachen wollt, dann äh. Ja. Folgt mir auf Twitch und seid im Stream zum Start. Und ansonsten würde ich sagen, war's das für ein Video. Wenn ihr so viel gefallen hat, lasst uns die Kommentare da. Und dann würde ich mir sagen, haut rein und tschwoh. Oh ja. Hm. Das schmeckt schon geil. Puh. Puh.